Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian und dachte mir, okay, wir müssen mal wieder über die Aliens sprechen, beziehungsweise überhaupt mal über Aliens sprechen, weil 1979 brachte uns Ridley Scott ja den Urvater des Science-Fiction-Horrorfilms und einen wirklich grandiosen Film, der bis heute nichts von seiner Faszination eingebüßt hat. Diese ganzen Designs von HR-Giger, der Xenomorph selbst, das ist unglaublich ikonisch und hat einfach bewiesen, wie gut man hier mit Aliens an sich umgehen kann. Das hatte ja denn unterschiedliche Fortsetzungen, die man alle unterschiedlich betrachten kann. James Camerons Aliens selbst ist ein absolutes Meisterwerk. David Finchers Alien 3 ist so, naja, ich sehe die Idee dahinter und was man hier eigentlich machen wollte, aber Fincher war damals ja auch noch ein blutjunger Regisseur, weswegen er hier nicht so ganz seine Vision durchringen konnte. Und über Alien 4 brauchen wir nicht sprechen, werden wir aber vielleicht in diesem Video noch sprechen, weil nach dieser Alien-Quadrologie gab es ja dann von Ridley Scott noch die Prequel-Reihe mit Prometheus und Covenant und seitdem ist es so ein bisschen ruhig geworden und tatsächlich gibt es sogar zwei Projekte, die im Zusammenhang mit dem Xenomorph, mit den Aliens wirklich für uns interessant werden könnten. Und über genau diese zwei Projekte will ich mit euch einmal sprechen, weil da gibt es zum einen einen Film von niemand geringerem als Fede Alvarez und tatsächlich eine Serie. Und gerade die Serie klingt sehr, sehr spannend, weil sie anders werden könnte, als alles, was wir uns irgendwie von einer Alien-Serie erwarten. Was es damit so auf sich hat, darüber wollen wir jetzt, wie gesagt, in diesem Video einmal sprechen. Dabei kann es natürlich den einen oder anderen kleinen Alien-Spoiler geben. Ihr seid hiermit gewarnt worden. Wir fangen mal mit dem Alien-Film an, der im Augenblick unter dem Arbeitstitel Alien Romulus gehandelt wird. Und hier wird es ja allein schon sehr, sehr spannend, weil ursprünglich war der nächste Alien-Film mal was ganz, ganz anderes. Zuallererst hieß es, ja, wir bekommen tatsächlich ein Alien 5. Also eine Fortführung der Ellen Ripley-Geschichte. Und tatsächlich sollte diese Story dann inszeniert werden von Neil Blomkamp, der ja unter anderem so Filme gemacht hat wie District 9 oder Elysium oder auch Chappie. Und er hat ja sogar auch mit einer Sigourney Weaver zusammengearbeitet. Und ich hatte damals zum Zeitpunkt, als Chappie rauskam, sogar das Glück, mit den beiden ein Interview zu führen, wo ich sie auf genau diesen Alien 5-Film angesprochen habe, wo sie dann aber sehr ausgewichen sind, weil, okay, was sollen sie in so einem frühen Stadium schon über diesen Film sagen? I'm not gonna give it away. Not yet, not yet. I will say that it will be similar to the first two, though. I'm gonna try to make it as close to the first two as I can. Aber es war tatsächlich mal die Idee, Alien 5 zu bringen. Das Problem ist dann nur so ein bisschen Ridley Scott gewesen. Der hat das ganze Projekt einfach gekappt und gesagt, nein, ich will mich jetzt lieber auf meine Alien-Prequel-Story konzentrieren. Wobei das Prequel halt in Anführungszeichen zu setzen ist, weil Ridley Scott hat sich ja selbst so ein bisschen schwer damit getan zu sagen, ja, das ist jetzt wirklich die reine Vorgeschichte zu dem, was ich damals in den 70er Jahren angefangen habe. Sondern hat er hier versucht, mit den Engineers und alles Mögliche da gerade in Prometheus noch eine ganz, ganz eigene Story zu erzählen, die chronologisch dann vor den ganzen Filmen rund um Ridley und Co. spielt. Das Spannende aber an Neil Blomkamp's Alien 5 wäre tatsächlich gewesen, dass er, so wie es sich für gute Horrorreihen natürlich gehört, gesagt hätte, Ja, das ist eine direkte Fortsetzung zu Teil 2. Sprich, er hätte Teil 3 und Teil 4 einfach komplett ignoriert. Was ich manchmal auch gern tun würde, das muss ich wirklich an dieser Stelle nochmal betonen, weil das sind wirklich für mich keine starken Filme. Alien 3 kann ich noch so ein bisschen mehr was abgewinnen, aber Alien 4 ist für mich eine totale Katastrophe. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so die Alien-Filme ranken würdet. Ob Alien 3, 4 für euch da wirklich auch noch irgendwie eine größere Bedeutung haben. Genau. Aber Alien 5 kommt nicht, weil Ridley Scott eben gesagt hat, ich will lieber an dem dritten Teil zu Prometheus und Covenant arbeiten. Aber auch um diesen dritten Teil weiß man gerade nicht, wie es da steht, weil Ridley Scott arbeitet angeblich irgendwie noch so ein bisschen dran, aber möglicherweise hat sich das auch schon längst im Sande verlaufen. Deswegen sind wir jetzt dann halt an dem Punkt angekommen, wo wir über Alien Romulus sprechen. Und Romulus ist jetzt ein Film, der mit gar nichts zu tun hat, außer dass er in der Welt von den Sinomorphs spielt. Das heißt, es ist kein Alien 5 und es ist auch kein Prometheus 3 oder Alien Covenant 2 oder wie man hier die Chronologie auch festlegen möchte. Alien Romulus soll ein eigenständiger, in sich geschlossener Film sein, der natürlich, wenn er erfolgreich ist, auch noch fortgeführt werden kann. Aber Fede Alvarez, der ja unter anderem das großartige Evil Dead Remake gemacht hat, das ich wirklich nur wärmstens empfehlen kann, will jetzt hier seine ganz, ganz eigene Geschichte rund um das Alien erzählen. Und er hat diese Story wohl auch schon mal vor Jahren einem Ridley Scott gepitcht, der jetzt darauf wieder zurückgekommen ist und gesagt hat, ja okay, mach das. Wenn man Alvarez auf Instagram folgt, teasert er da auch immer schon das ein oder andere an. Wir wissen auch schon so grob, wer hier im Cast mit dabei sein soll. Aber das Problem ist nur, das ist alles. Am Ende wird das Ding halt auch nicht mal Alien Romulus heißen, weil das hier nur der Arbeitstitel ist. Wir wissen handlungstechnisch noch wirklich überhaupt nichts. Aber wenn man sich so Fede Alvarez so ein bisschen anschaut, gerade wenn ich an das Evil Dead Remake denke, dann hoffe ich mal, dass wir hier wirklich einen sehr, sehr coolen Science-Fiction-Horrorfilm bekommen, der vielleicht auch nochmal so das Level an Brutalität so weit erweitert, wie wir es vielleicht in Evil Dead gesehen haben. Obwohl, das muss vielleicht auch nicht so hart sein wie da. Aber zumindest haben wir jemanden, der sich im Horrorbereich sehr, sehr gut auskennt und der ja auch mit Filmen wie Don't Breathe bewiesen hat, dass er sich in engen Räumen gut auskennt und hier halt auch Horror aufbauen kann. Das heißt, die Chancen, dass der nächste Alien-Film wirklich ein guter wird, sind hier erstmal sehr, sehr hoch. Zumal das Ganze soll dann angeblich auch schon 2024 in die Kinos kommen. Die Dreharbeiten sind zumindest auch schon beendet. Das heißt, das fällt hier nicht irgendwie in den Autorenstreik oder den Darstellerstreik. Fede Alvarez kann hier in die Postproduktion gehen und hier vielleicht wirklich 2024 uns den nächsten Alien-Film präsentieren. Spannender wird es denn aber tatsächlich, wenn wir mal in den Serienbereich schauen, weil da haben wir jetzt tatsächlich das allererste Mal überhaupt eine Alien-Serie. Ridley Scott hatte zwar damals nach Alien 1 schon die Überlegung, ob man das Ganze irgendwann vielleicht mal auch als Serie aufbaut, aber seitdem ist damit nie was passiert. Klar, man hat das Franchise ausgebaut, man hat das Alien auch mit den Predators zusammengetan und MVP und MVP 1 rausgehauen, aber so eine richtige TV-Serie gab es bislang nicht. Die wird es jetzt geben. Und ich weiß, als das erste Mal verkündet wurde, es wird unter Disney eine Alien-Serie geben, waren sehr, sehr viele Fans sofort skeptisch. Das kann ja nichts werden. Und ich gebe zu, ich habe da auch dazu gehört, aber es gibt einen Namen, der mich dann sofort wieder umgestimmt hat und das ist Noah Hawley. Hawley hat nämlich unter anderem aus dem Kronenbrüderfilm Fargo eine großartige Serie gemacht und er hat eine der besten Marvel-Serien überhaupt geschrieben und sie ins Fernsehen gebracht, nämlich Legion. Zu Legion habe ich sogar ein eigenes Video gemacht, weil diese Serie ist wirklich einfach absolut grandios. Und dieser Mann sorgt jetzt dafür, dass wir eine Alien-Serie bekommen und da bin ich erst mal sofort dabei. Allerdings müssen wir auch das ein bisschen mit Vorsicht genießen, wenn wir uns mal anschauen, worum es in dieser Alien-Serie gehen soll. Zum einen will Hawley das Ganze auf die Erde bringen. Was fürs Alien ja jetzt nicht unbedingt was Neues ist, zumindest wenn wir uns Alien vs. Predator anschauen, wissen wir, ja, die sind irgendwann auch schon mal auf der Erde gewesen. Aber jetzt soll das ganze Konzept weiter ausgebaut werden. Hawley hat in einem Interview vor kurzem gesagt, dass sie ihnen dieses Szenario auf der Erde wirklich anspricht, weil alle bisherigen Alien-Filme das Alien immer irgendwo eingefangen haben. Es war immer irgendwo in einem Raumschiff oder in einem Gefängnis oder sonst irgendwas. Jetzt will er uns zeigen, wie es sein kann, wenn das Alien wirklich freiläuft. Das heißt, dieses ganze Erd-Szenario könnte ja vielleicht auch irgendwo so ein bisschen in Verbindung stehen mit dem Ende von Alien 4, wo Ripley ja tatsächlich an der Erde wieder ankommt. Das Ding ist nur, Hawley hat auch schon gesagt, das hat hier mit Ripley nichts zu tun. Das heißt, Alien 4 können wir da einfach sofort wieder beiseite schieben. Denn das Ganze soll angeblich vor den Ereignissen von Ripley spielen und somit könnte diese Alien-Serie sich gar nicht mal so unbedingt nur rund um diese Sinomorphs drehen, sondern uns wirklich mal zeigen, wie sieht denn die Zukunft auf der Erde aus? Wie wurde hier die Wayland Corporation überhaupt so mächtig und so groß? Das heißt, wir könnten hier eine Serie haben, die wirklich noch mehr so in diesen Science-Fiction-Bereich reingeht und diesen Horror-Aspekt rund um das Alien vielleicht nur so als Randnotiz hat. Eine Randnotiz, die natürlich sehr viel größer sein wird. Also das muss man hier auch gleich sagen. Aber ein wichtiger Fokus könnte halt die Entwicklung von riesengroßen bösen Corporations sein, die sich hier gegenseitig bekämpfen und bekriegen. Und das war ja bei Wayland auch immer so, dass sie dieses Alien unbedingt als Waffe haben wollten. Das Ganze wird jetzt dann nur dadurch verkompliziert, dass wir hier davon ausgehen müssen, okay, wird das die Chronologie der ganzen Alien-Filme auch irgendwie ad absurdum führen? Weil wenn die Serie wirklich vor den Ereignissen von Ridley spielt, da müssen die ja schon genau Bescheid wissen. Da muss man halt auch wieder gucken, wie ist das hier chronologisch, wie passt da auch die Prequel-Geschichte von einem Ridley Scott dann noch mit rein. Das wird ein bisschen schwierig. Trotzdem könnte Hawley hier eine interessante Geschichte erzählen, weil im gesamten Alien-Franchise waren wir noch nie auf der Erde. Wir kriegen halt nur so ein bisschen was davon mit, aber wie es dort tatsächlich aussieht, ist für uns noch ein Buch mit sieben Siegeln. Gleichzeitig hat Hawley auch schon bestätigt, dass er mit dem Alien wirklich auch ein bisschen spielen möchte. Das heißt, selbst wenn er da ein großes Corporate-Drama-Ding draus macht, wird das Alien natürlich noch eine wichtige Rolle spielen. Aber auch hier hat er vor kurzem in einem Interview gesagt, na, ich möchte mit diesem Lebenszyklus des Aliens mal so ein bisschen spielen. Weil wir wissen, zuerst kommt das Ei, dann kommt der Facehugger, dann kommt der Chestburster und dann haben wir den Xenomorph. Das wurde natürlich noch ewig weitergeführt. Da gibt es noch die Praetorians und die Crusher, die man vor allen Dingen so aus den Spielen her kennt. Dann haben wir in Alien 2 noch die Queen gehabt und es wird noch ewig weiter fortgeführt. Wenn ihr mal Bock darauf habt, dass ich mal eine ausführliche Evolution der unterschiedlichen Stufen des Aliens mache, dann schreibt mir auch das in die Kommentare. Aber Hawley hat bestätigt, ja, er will auch hier die Geschichte von der Alien-Evolution so ein bisschen anpassen und umändern. Was ja auch nichts Neues ist, weil das hat sogar ein Ridley Scott gemacht, der uns ja dann am Ende von Covenant auch den Neomorph gegeben hat. Das heißt, dieses Alien kann hier dann auch in einer ganz, ganz anderen Form auftauchen, als das, was wir aus den ursprünglichen Filmen kennen oder als das, was wir aus den Prequels kennen. Von daher erwartet uns hier vielleicht wirklich auch mal etwas sehr Interessantes, was die Mythologie von der ganzen Alien-Geschichte wirklich erweitern kann, nämlich auf die menschliche Ebene bezogen. Und darauf bin ich wirklich sehr gespannt, weil das kann Hawley. Er kann gute Charaktere schreiben, er kann gute Dialoge schreiben. Das haben sowohl Fargo als auch Legion bewiesen. Jetzt bin ich aber erstmal mit allem durch, was man zu Alien Romulus und zur Alien-Serie an sich sagen kann. Und frage an dieser Stelle natürlich wie immer euch, wie steht ihr zum Alien-Franchise im Allgemeinen? Was ist da so euer Lieblingsfilm? Meiner ist tatsächlich Alien 2 und irgendwie auch 1. Ich kann mich da immer nicht so ganz entscheiden. Schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare und schreibt mir auch, wie ihr zu einem nächsten Film steht, was ihr euch da vielleicht lieber gewünscht hättet, wie ihr zur Serie steht. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.